Ich bin eine ziemlich frustrierte Mädchen, die in einer ziemlich strangenen Familie ist, die versucht, einen Weg aus dieses Leben zu finden. Sie lässt sich einfach nicht abhalten durch Schmuck und sonstige blöde Geschenke. Dort lernt sie ja alles Mögliche an Perversionen kennen, eben nur die Liebe nicht und das will die wissen. Die Chance für die beiden ist, dass sie sich zusammentun und aus dieser Welt rausgehen und eine neue vielleicht schaffen. Ich will nur sagen, dass Taus natürlich wirklich das sehr realistisch abbildet. Diese gesellschaftliche Phase, in die diese Zivilisation geraten ist, ist kurz vorm Auseinanderbrechen. Alles ist Endphase und nun, hundert Jahre später, hat sich ja der Kontext geändert und deshalb muss ich hier den utopischen Aspekt noch mehr freilegen, weil wir das noch nötiger brauchen, was uns denn überleben lässt. Ich liebe diesen schönen Ende, denn es gibt Jochanan und mir eine neue Leben.